Hey, willkommen zurück am Samstag. Schön, dass du wieder da bist. Felix hat mir eine Frage gestellt und die will ich heute in diesem Video beantworten. Nämlich hat Felix mich gefragt, was er denn machen soll, wenn eine Frau mit ihrer Freundin unterwegs ist. Und das ist ein interessantes Thema, denn rein statistisch gesehen sind natürlich oft Frauen mit ihren Freundinnen oder ihrer Mutter oder ihrem Vater oder vielleicht sogar einem anderen Mann unterwegs. Und wenn man da nicht genau weiß, was man machen soll, dann kann man eben nur die Frauen ansprechen, die ja alleine unterwegs sind und verpasst viele, viele Gelegenheiten. Also, was ich dir zuerst mal sagen möchte, ist, dass wenn es mehr als zwei Frauen sind, ist es eigentlich relativ simpel. Der Vorteil ist nämlich dann, dass die anderen Frauen sich miteinander unterhalten können, während du mit der Frau, die dir gefällt, sprichst. Das heißt, wenn sie nur zu zweit unterwegs sind, dann will natürlich die eine Freundin nicht ihre andere Freundin die ganze Zeit stehen lassen, während sie mit dir redet. Und das ist ein kleiner Konflikt. Wenn die aber zu dritt oder mehr sind, ist das schon mal kein Problem mehr. Das ist schon mal praktischer. Was ich immer mache, um diese Situation noch angenehmer und einfacher zu machen, ist, dass ich einfach neben den Frauen hergehe. Das funktioniert perfekt, perfekt für Frauen, die zu zweit unterwegs sind. Wenn es mehr als zwei Frauen sind, kannst du theoretisch die ganze Gruppe anhalten und dann können die restlichen sich miteinander unterhalten und du sprichst mit der Frau, die dir gefällt. Wenn die nur zu zweit sind, dann gehst du neben der Frau, die dir gefällt, her. Also du hast links vor dir eine Frau und rechts, und nehmen wir mal an, die links gefällt dir. Dann gehst du neben die Frau von links und fängst von da aus im Gespräch, im Laufen ein Gespräch mit dir an. Oder du gehst nach rechts, wenn die Frau rechts dir gefällt. Und der Vorteil ist, dass du dich dann nicht mit der anderen Frau, entweder links oder rechts, auseinandersetzen musst, sondern mit der Frau sprechen kannst, die dir wirklich gefällt. Und gleichzeitig ist die andere so ein bisschen aus dem Gespräch raus und stört dann das Gespräch nicht. Das ist super praktisch. Wenn du jetzt merkst, dass in einem Gespräch mit zwei Frauen dir die Frau sagt, mit der du flirtest, dass sie gerade nicht flirten will, weil ihre Freundin dabei ist, dann ist das meistens ein Zeichen dafür, dass sie nicht genug Interesse hat. Und dann ist es auch okay, dann kannst du weitergehen und die nächste Frau kennenlernen. Das heißt, bei zwei Frauen immer schauen, welche interessiert mich, die Link oder die Rechte, und dann neben der jeweiligen hergehen. Bei einer größeren Gruppe von Frauen kannst du die ganze Gruppe anhalten und dann einfach mit der einen Frau sprechen, die dir gefällt. Und normalerweise werden die anderen dann einfach miteinander reden. Du kannst auch bei einer größeren Gruppe nebenher gehen und dann von nebenher mit denen sprechen. Natürlich, wenn es dann dazu kommt, dass die ganze Gruppe dir zuhört oder so, wenn du redest, dann macht es auch Sinn, ab einem gewissen Punkt sich auch vorzustellen. Nimm die ganze Gruppe oder beziehe die ganze Gruppe in das Gespräch mit ein. Das heißt, mach Witze und schau dabei die ganze Gruppe an, sodass die ganze Gruppe darüber lachen kann. Und frag nicht, was machst du hier, sondern was macht ihr hier. Konzentrier dich aber danach wieder auf die Frau, die dir gefällt. In den meisten Fällen wirst du wahrscheinlich weniger Zeit haben, mit der Frau zu flirten, wenn du mit einer größeren Gruppe flirtest, weil da können viele Dinge passieren. Die eine Frau will weiter, die andere Frau muss pinkeln gehen und alle müssen mit. Und von daher solltest du dein Game in der größeren Gruppe etwas schneller machen als normalerweise. Das ist aber auch unterschiedlich. Angenommen, du bist jetzt im Club und siehst, die stehen da ganz gemütlich an einem Tisch, dann ist vielleicht die Zeit auch nicht so knapp und du kannst dich mehr entspannen. Aber wenn du merkst, die sind sehr eilig unterwegs oder haben nicht viel Zeit, dann ist nebenher gehen immer eine gute Variante. Nehmen wir mal an, du sprichst eine Gruppe von Frauen an, hältst sie kurz an und dann will irgendwer aus der Gruppe weitergehen und die nehmen sozusagen die Frau mit, die dir gefällt. Dann gehst du einfach noch mit der Gruppe ein Stück mit und sagst einfach, hey, ich gehe noch kurz ein Stück mit euch mit und redest noch so lange mit der, die dir gefällt, um dann später die Nummern zu tauschen. Bei einer Mama ist das noch einfacher, denn Mamas unterstützen meistens ihre Tochter. Wenn die Mama merkt, die Tochter findet dich kacke, dann wird sie euch blockieren. Wenn die Mama merkt, hey, die Tochter findet das ganz interessant, wird sie euch helfen und wird einfach gehen. Das heißt, Mütter sind super simpel. Alles, was du bei einem Mama-Tochter-Set machen musst, ist, dass du einfach freundlich bist. Freundlich und ein kleiner Gentleman zumindest am Anfang. Und dann kannst du mehr so auf die Flirtschiene gehen, wenn die Mutter dann auch weg ist. Beim Vater ist das ähnlich. Ganz, ganz wichtig, dass du einfach freundlich bleibst, dass du dich auch ihm vorstellst und einfach dem Papa auch zeigst, hey, ich bin ein cooler Typ, mach dir keine Sorge um deine Tochter, weil das wird der Papa sonst machen. Wenn du eine Frau siehst, die mit einem Mann unterwegs ist, dann ist sie entweder mit ihm zusammen, wenn sie zum Beispiel Hand in Hand gehen oder sich küssen. Das ist dann ja sehr offensichtlich. Oder sie sind vielleicht nur Freunde. Was du machen kannst, ist, dass du einfach mal ein Stück hinterher gehst und beobachtest, wie verhalten sich die beiden miteinander, wie nah gehen die aneinander. Und wenn du das Gefühl hast, hey, die könnten nur Freunde sein, dann gehst du einfach mal hin, fragst, hey, sind die beide befreundet? Und dann kriegst du die Antwort und kannst direkt in den Flirt übergehen. Oder du kattest diese Frage mit raus und gehst einfach direkt in den Flirt über. Das heißt, wenn es zwei Frauen sind, und das war ja jetzt spezifisch deine Frage, Felix, dann einfach bei zwei Frauen wirklich neben der einen hergehen, die dir gefällt, dann sprichst du ja auch nur mit der einen, weil die andere ist dann ja auf der anderen Seite von dir, mit der hast du dann ja auch gar nichts zu tun. Es ist also wie ein Gespräch mit einer Frau. Ja, das kannst du auch bei größeren Gruppen machen oder du hältst die größere Gruppe einfach an und dann wird es normalerweise so sein, dass die miteinander sprechen, vor allem, wenn du den Fokus nicht direkt auf die ganze Gruppe legst. Also wenn du jetzt eine Gruppe anhältst, dann sollte es nicht dein Ziel sein, zu versuchen, so witzig zu sein und die ganze Gruppe zu unterhalten. Deswegen bist du ja nicht da. Du solltest schon bei deiner Mission bleiben und die Mission sieht vor, dass du die Frau kennenlernst, die dir gefällt. Das heißt, mit der solltest du dann auch sprechen. Aber es gibt ja so Momente, wo man die ganze Gruppe mit einbeziehen kann. Ja, wenn sie zum Beispiel, keine Ahnung, irgendeinen frechen Spruch macht, dann könntest du die Gruppe fragen, ist sie immer so frech und könntest dabei ein bisschen lächeln. Ja, und dann stellt die Gruppe sich vielleicht auf deine Seite und ihr macht ein bisschen Zusammenspaß. Also die Gruppe kann sehr gut eingebaut werden, aber das funktioniert immer nur dann, wenn die Frau, mit der du flirtest, sich auch denkt, wow, der Typ gefällt mir. Und das merken die anderen Frauen. Ja, andere Frauen in der Umgebung der Frau werden immer wissen, ob du ihr gefällst oder nicht. Da haben die einfach ein Gespür für das ist der Vorteil der Frauen, den du aber auch bekommen kannst, wenn du sehr viel flirtest und sehr viel in sozialen Situationen unterwegs bist. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen, Felix. Schön, dass ihr alle da wart. Unten in der Ecke kannst du das Quiz machen, wie attraktiv du auf Frauen wirkst. Dort kannst du den Channel abonnieren. Und dort geht es zu einem Video, das dich wahrscheinlich interessiert, hier auf diesem Channel. Wenn du mein Buch noch nicht kennst, kann ich dir das nur empfehlen. Die Zeus-Methode, deine echte Männlichkeit. Da lernst du, wie du deine Männlichkeit aufbaust. Und Männlichkeit ist der endgültige Schlüssel dazu, erfolgreich mit Frauen zu werden. Denn männliche Attribute, männliche Eigenschaften sind attraktive Eigenschaften. Und wie du das aufbaust, zeige ich dir in der Zeus-Methode. Den Link habe ich dir unten in die Beschreibung gepackt. Das war es von mir. Hier am Donnerstag freut euch schon mal. Quatsch, am Samstag. Freut euch schon mal auf das Video vom nächsten Donnerstag. Da werde ich wahrscheinlich wieder eine kleine Flirt-Analyse machen. Die letzte hat euch ja ganz gut gefallen. Ich freue mich über eure Kommentare. Macht euch ein geiles Wochenende. Bis dahin. Ciao.